Kann ich dir helfen? Na gut, los geht's. Ha! Es tut mir echt leid, Papa. Ich dachte, du brauchst den Zettel nicht mehr. Manchen Dingen sieht man nicht an, dass sie wichtig sind. Aber dieser Zettel ist wichtig für mich. Deshalb ist es besser, vorher zu fragen. Aufpassen, Albert! Ein schöner Laufbach, Albert! Danke, fahrt vorsichtig! Guck mal, der Flieger fliegt zum Spielplatz, Papa. Was er da wohl will. Aber wir haben ihn gleich. Hallo, Mama! Hallo, Schatz! Was macht ihr hier? Hm! Ups! Oh nein! Wie sollen wir ihn von da runter bekommen? Wir kommen da nicht ran. Wir schaffen das schon, Papa. Nimm mich einfach auf deine Schultern. Ah, sehr gut. Tolle Idee! Oh nein! Oh, das war wohl nichts. Ah! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Super, Leo. Das hast du gut gemacht. Ich hab ihn mit mir mit mir gehört.